Hallo Leute, heute spiele ich die alte Slekt schon wieder, spiele ich die Custom Story Redemptation oder wie es heißt, ja, nein Red of Redemptation oder egal, es ist eine Custom Story mit Super Gamestar. Hi! Ja, und ich kack gerade in die Hose rein, also im wahrsten Sinne des Wortes. Warte, ah, ich kann mich da an der Wand lang klitschen. Ach nö, nö, ein Schrank. Achtung, wetten wir? Okay, ich mache mich bereit. Aus diesem Schrank kommt ein Monster rausgefluckt. Ich kann es spüren, ich kann es spüren. Mein Gott. Okay, der Schrank ist sicher. Hallo, ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit Schränken. Sie sind vielleicht der beste Freund. Sie haben mit allem Schränken erfahren. Ja, ich weiß nicht. Also wer das auch gemacht hat, ist physisch am Ende. Und ist total verrückt. Oh, was? Ja, keine Ahnung, schau mal, wer sowas macht, wer überhaupt auf solche Ideen kommt, Monster in den Schrank zu stecken, das ist krank. Luca, du kommst auf die Idee. Ich weiß, das war nicht meine Idee. Aber sie wurde gestohlen. Oder sie war schon da. Oh nö, 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 nö. Eine Tür. Eine Tür. Eine Tür. Oh Gott, alles wackelt. Okay. Wie heißt das nochmal in Holy Shit Amnesia? Ähm. Okay, egal. Wie wackelt man nochmal? Ach du Köpfe. Totisch. Schweine. Ui, nicht nur Schweine? Alter, was war das gerade? Ein Schrank. Das ist irgendwo ein Monster. Oh mein Gott, wie kann das bloß in diesem Spiel passieren, dass es ein Monster ist? Alter, jetzt mach mal ein Bildschirm sauber. Ach, jetzt habe ich gepustet und ich nehme mal das Brillen. Peter, jetzt habe ich schon wieder Angst und du musst an dir dran. Ich hasse es. Ich hasse diese Spiele. Oh Gott, Luca. Warum tue ich sowas? Warum? Ethan, es ist homo Monster. Kannst du nicht hören, ob wir wollen? Übernahmenschritte. Nimm so ein Schwein. Ja. Die sind süß. Haust dem nächsten Monster gegen die Fresse und ruf Oh shit, I've got a bag of Milky Ways. Oh, wie geil. Wie geil. Ich habe es hingestellt. Das würdest du machen, gell? Alter, Peter ist so eine Verwärtssau. Das würdest du machen. Ja, das ist die Wahrheit. Monster. Ich kann nicht sehen, mach mal Licht. Schade, dass du gerade nichts siehst. Ja, Peter hat gerade ein Schwein hinten in eine reingedopt. Doping. Bitte. Mach mal Inventar. Please. Hast du kein Öl? Wir müssen nur Öl haben. Ah ja, genau. Kein Öl. Kein Öl? Oh mein Gott. Jetzt haben wir das Öl aufgebrochen. Jetzt geh weiter. Da ist eine Tür. Luca, du sollst Angst. Ja, gute Erfahrungen mit Türen. Die geben einen 10 Sekunden, bevor man am Herzinfarkt stirbt. 10 Sekunden. Das ist ja schon mal. Das ist ja schon mal. Na ja, wenn Monster kommt, bin ich am Arsch. Wenn Monster kommt, schreit deine Mutter. Hey, ich vergesse nicht. Wenn Monster kommt, musst du schreit. Oh shit, I've got a bag of Milky Ways. Somewhere is a Milky Way back. Somewhere. In this room. It's a fucking monster. Wond the Milky Ways. It's better I get some Snickers. Oh shit, I've got a bag of Milky Ways. A fucking bag. A fucking bag. Nimm Schwein. Nimm Schwein. Oh shit, I've got a bag of Snickers. 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 Die Tür hinter dir geht rein. Okay, es ist weg, es ist weg. Es ist aber noch da. Wie jetzt? Es verfolgt dich nun nicht mehr. Es ist noch da. Geh nicht in, bitte. Shit. Shit. Kam das von oben? Wo kam das Ding? Lol. Ich esse nie wieder Milky Ways. Nie wieder. Ha, Luca. Ja? Schön wär's. Ja, es ist schön wär's. Geh einfach durch die Tür und schrei. Irgendwas. Nein, geh nicht durch die Tür. Warte. Stopp. Ja doch, es ist doch eine Sackgasse. Ja, lass mich mal hören. Die Musik ist... Oh! Ja, ich hab dich erschreckt. Also wer sich jetzt auch noch erschreckt hat, bitte in die Kommentare rein. Und ich würde etwas achtgeben. Wah! Einen kleinen Penis, einen sehr kleinen. Was hast du gerade gesagt? Was sagst du dir hier raushauen, ey? Oh, was? Alter, da ist das Monster noch. Es steht genau da. Ich glaub, du musst dich... Denk nicht mal, die Tür zu öffnen. Ich mag diese Tür öffnen. Ähm, Peter, ich hab schlechte Neuigkeiten. Ich glaub, wir haben keine andere Wahl. Was soll ich jetzt machen? Einfach an dem Monster vorbei rennen. Da, vor wo es herkommt. Lauf einfach. Lauf. Ich mach dir Augen zu. Am Ende schreie ich... Ich schreie noch am Ende irgendwas rum. Oh shit, I've got... I've got a pick of milk. Hey, ich kann's sehen. Werf irgendwas aufs Monster drauf. Werf irgende... So ein Schädel. Werf es einfach aufs Monster drauf. Stirn. Oh my god. Oh my fucking god. Es steht einfach da. Oh my god. Mach die Tür zu. Ah, mein geistiger Zustand. Äh, fress man eine Flasche. Vernunftdrang. Alter, tut es gut. Oh fuck, Peter. Ich hab vergessen, es so umzuskripten. Ähm, Gamester. Ich hab ein bisschen was im... umgeschrieben und wenn bei mir jetzt so ein... Vernunftdrang aufnimmt, steht der Red Bull Energy Drink. Geile Scheiße. Ja, ehrlich. Geil. Ich hab's geschafft. Wie geil. Soll ich dir was umschreiben? Peter, bist du ein totaler Homo. Ja, ja. Ja, du wirst es doch das ja. Der schiebt dir Monster eine von hinten rein. Ich darf's nicht anschauen. Werf ein Break-off ist. Werf ein Break-off. Ja, jetzt. Du triffst es. Daneben. Peter, du kannst nicht mal einen Monster abwerfen. Treff... Alter! Ja, du bist ein Süßes. Was macht das jetzt? Alter, das sieht irgendwie... Stirb! Das sieht wie... Michael Jackson... Ich hab's getroffen. Oh Gott. Michael Jackson ist gar nicht tot. Ich erwachs. Alter, wie dieses Ding aussieht. Aber... Es ist so dumm. Es ist... So dumm. Es ist... So dumm. Alter! Ich hab gar nicht gemerkt, dass sie sich umgedreht hat. Lol, jetzt steht's da. Werf jetzt mal was aufs Monster? FN von... Stirb! Lol, was macht das? Hä, es sieht uns gar nicht. Lol! Es hat uns angeschaut und geht wieder weg. Aha! Alter, das ist dumm. Jetzt schaut's wieder auf uns. Es sieht uns nicht. Wir sind ein paar Millimetern. Alter, Michael Jackson... Ähm... Ich hab keine Ahnung, was ich tun soll. Ähm, vorbei rennen. Bring dich... Lass dich umbringen. Der steht jetzt da ewig da. Ja, okay, sofort. Ich muss... Ich brauch mir eine Treppe. Alter, Peter, am Ende... Ach, nur jetzt geht's... Jetzt ist schlau geworden und ist aus dem... Wenn's das macht... Und ich merks nicht... doch 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 das ist ich kann nicht sehen denn sonst weißt du was ich noch geil finde vor einer guten Woche uploadtechnisch habe ich mich noch über ein gewisses Spiel aus Japan aufgeregt und jetzt spiele ich das schon wieder ok das Monster ist ich bin Suchty ja mir geht's scheiße alter dein Fressen auf halb des hatte ich angegriffen fress auch mal Laudanum alter oh my god warum liegen alle diese Scheiße alter schon wieder so hässliche Pornopings alter Peter was was hallo da ist ein Typ da ist dem Ding da hinten gerade einer reingedroppt nein ich hab's nur weggeschoben ok oh shit wow hey das für Schweine in Ruhe geht durch die verschiedenen Türen ich weiß woran der gestorben ist ähm alter ich hab immer noch zu kommen mit dem linken Ball ok kann ja schön ja also falls ich hier irgendwie noch etwas lauter wird liegt vielleicht daran dass ich gerade mit der anderen drei Spiele ja ja es ist ganz einleuchtend ich weiß um mich nicht zu ich komme von dem Game einfach nicht weg ich weiß nicht was es ist Peter da ist nicht viel weißt du die Musik nicht ja aber ich sehe es nicht es ist egal es ist da und find endlich mal Öl die Musik ich bring mich gleich um ich krieg den blöden Schrank auf ach so deswegen bist du immer so leise weil du grad diese Scheiße zockst ich ja 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 okay geh weiter bitte die Musik ist weg und beschwere dich nicht wenn es jetzt vor unserer Fresse steht und ich schreibe erinnere dich an ähm TREP wow oh my god wow what was that lol ey das ist schön ich liebe Customs lol ich muss grad lol sind lol ahja ähm Upducation ja ähm da muss man doch irgendwie so ein Portal basteln äh hast du schon Upducation gespielt? ja nicht du ja scheiß drauf also wenn man so ein Portal fertig gemixt hat steht da unten von Utah imaxe Portal aber es ist nicht von ähm diesen Herstellern die Portal 2 gemacht haben oder sowas zu laufen ist cool habe ich Zonder? Buchsen? hast du? wow heb die auf du hast nur zwei Zinderpixen mit 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 mit